Und gerade um diese Unterstützung hat ja auch Zelensky jetzt in München bei der Sicherheitskonferenz nochmal gebeten. Er fordert Kampfjets, das ist jetzt beim Thema Waffenlieferungen weit oben auf der Liste. Aber man erhofft sich eben jetzt auch von Großbritannien nach den Äußerungen Sunax-Raketen mit größerer Reichweite. Was kann das aktuell bringen? Wo kann das etwas bringen? Die Ukraine braucht von allem mehr und auch schneller Artillerie, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge. Das ist ja jetzt im Gange, wenn auch sehr spät, weitreichende Raketen, mehrfach Raketenwerfer, um hinter den russischen Linien Kommandoszentralen und Nachschubwege und Nachschubeinrichtungen zu zerstören. Und die Diskussion über Flugzeuge, die sollte man im Augenblick nicht in den Vordergrund stellen. Das wird sowieso dauern. Ich glaube, Ausbildung von Piloten ist zum Teil schon im Gange. Und ich hoffe übrigens insgeheim, dass die MiG-29 Flugzeuge aus sowjetischer Produktion, deren Lieferung im Frühjahr schief ging wegen zu viel öffentlichem Trara, dass die zum Teil schon längst mit ukrainischen Hoheitsabzeichen die ukrainische Luftwaffe verstärkt haben. Also das ist eine nächste Phase. Wir sollten uns jetzt konzentrieren auf das, was für das Gefecht der verbundenen Waffen, wie gesagt zur Verteidigung und dann auch zum Wiedergewinn des Momentum der Wiedereroberung von geraubtem Gelände, zur Befreiung von besetzten Gebieten notwendig ist. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid habt, dann geht's.